Na servus, ich habe mir ein Beast Druid gebaut für Hearthstone und den zeige ich euch gerade kurz. Also Innovate ist eigentlich immer ganz cool zum rauslegen von teureren Sachen am Anfang. Den Enchanted Raven für einen meiner 2.2 ist in Ordnung, super gut. Living Roots ist immer geil. Dann habe ich die ganzen Druids off drin, Mark of Recharge für Card Draw und plus 2, plus 2. Ein ziemlich cooler Buff finde ich. Ist halt 1 teurer als das Power World Shield vom Priester, gibt aber auch plus 2, plus 2 und nicht plus 0, plus 2. Finde ich eigentlich ganz gut. Power of the Wild, selbstredend, also kann man entweder Buffs geben oder was beschwören und es ist ein Beast. Wrath ist geil, Adel Grizzly ist nicht so geil finde ich, aber es ist ein Beast und ich wollte es mal ausprobieren. Druid of the Flame, dann Mounted Raptor finde ich ein ziemlich gutes Beast. Fandral Stacker ist ziemlich geil, wenn man so viele Choose One drin hat. Swipe ist klar, Wild Walker, habe ich mir gedacht, jo, warum denn nicht? Für 4-4 ist ja in Ordnung und er gibt für ein Beast noch plus 3 Health, ist auch ganz okay. Dann Azure Drake für Card Draw und für Spell Damage, damit das hier wesentlich gefährlicher wird. Druid of the Claw und Black Knight, weil mit Druid irgendwas kaputt machen ist nicht so. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du so noch was kaputt. Außerdem bin ich mal wieder auf Rang 18 gefallen. Ich spiele einfach zu gern neue Decks. Apple Ban. Okay, wenn ich mal bei einem Deck bleiben würde, dann geht es ja schon. Ich meine, wie gesagt, ich kann da mal locker 10 Ringe gut machen ohne Probleme, aber die Lust dazu fehlt mir oft. So, dann fangen wir mal mit dem Raven an würde ich sagen, ne? Ich selbst. So, 2-2 Rabe ist aber ein ziemlich starker Rabe, ne? Ich würde sagen, ist zwar ein bisschen Aufwand, aber ich denke im Endeffekt lohnt sich. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Deck ist. River Crocolesk, dann habe ich, ich glaube schon ein Jahr nicht mehr in irgendwelchen Decks gesehen. Schlecht ist er nett, aber 3-2 ist beliebter, ne? Gut, dann würde ich sagen. Trailen wir erstmal. Mal riskieren das mal. Den Wrath mal weg. Hier würde ich sagen, kann ich den Charger geben, weil er direkt den Buff bekommt. Jetzt habe ich für drei Männer schon drei Dreier beschoren, ne? Also vom Wert her. Was mache ich da am blödesten? Wenn ich die noch auslege und das alles buff. Kann ich einen 3-3er traden? Ne, das gefällt mir gar nicht. Ich würde sagen, ich mache einen Swipe. Trader und beschwöre. Das hier, das hier und dann. Kriegen wir noch ein bisschen Value von dem. Ich darf noch keine Explosive Trap haben, sonst werde ich da sowas von gepunished. Äh, hä? Also den Rängen spiele ich gern, muss ich sagen. Ja, klappt ganz gut. Aber ist auch ein, was ist denn das für ein Deck, was er da hat? War einfach irgendwas mal reingeschmissen oder wie? Der will unbedingt den Grizzly platt machen, ey. Wie geil ist denn das? Gut, er hat echt Value gebracht. Yo. Haha. Alles klar. Gut. Gegen das Dick zählt das nicht. Ja, das zählt nicht. Dann machen wir noch eins, ne? Beastroid 100% Win Rate. So muss es sein. Aufhören zu spielen und behaupten, man hat ein Deck mit 100% Win Rate, ne? So machen die das, gell? Gut. WTF? 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 Will ich nicht am Anfang behalten, das... will ich nicht. Das sind eigentlich 1-2-Drops. Na? Wie schauts. 1-Drop. Alles doch auch schönes. Oh. Oh, die Smite. Die sieht man auch nicht so häufig. Ganz eine gute zweite Runde. Faultsteer. Wow, das hat angeregt. Black Knight. Raptor hat er gekriegt. Yep. Dann spiel mal deine Hand aus, deine Gesamte, dass sie was bringt. Dann gebe ich nächste Runde, bloß 2, bloß 2, dann ist er auch ein 4, wogegen der nicht soviel machen kann. Jetzt hast du recht. Gucken wir mal, was er macht. Wow. Was hast du denn? Vorbitten Schaving für 5. Leeroy, echt jetzt. Hannah. Ja, ja, wow. Das ist gut, wow. Da hat er 3, 2. So hat er, 2, 1, dort. 3, 5 ist okay. Boah, ich kann immer denken, ich bin so müde. Okay. Leeroy wäre krass gewesen. Was war ich mit einem Huawei? Wow, ey. Ja, das ist scheiße, ich weiß. Kommt jetzt ein Holy Nova an, dann... Sind die 4, 1 am Arsch. Ähm, Ex-Gerwerde-Devil geht natürlich auch. Nova wäre schlimmer gewesen. Ja. Warum denn nicht? Irgendwie macht er Spaß, äh, Adult Grizzly. Noch ein Ex-Gerwerde-Devil. Aber nicht geheilt, dann bist du tot. Gut. Das war auch ein easy, easy game. Aber auch wieder ein Deck, wo ich sag... Jo. Nicht so der Hammer, ne? Dann machen wir noch eins, komm. Müssen wir ausnutzen. Müssen wir ausnutzen, dass das gerade so läuft, ne? Und immer noch 100% Win-Rate. Oh yeah, oh, jetzt... will ich meine erste Niederlage erfahren. Schämen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ich lasse das so. Ein Räbschen. Will's, wenn, falls das Zeug überleben sollte. Wird's ganz cool. Gut. Lohnt sich immer noch. Für zwei Mann dann 3-3er Buff, sozusagen, ne? Lighting Storm. Dankeschön. Funktioniert. So, und jetzt kommt er mit... einem Toten. Nicht so schlimm, ne? Dafür gibt's sechs in die Fressen, sagen wir mal acht. Schauen wir mal. Das Geilste wäre, wenn ihr jetzt irgendwas mit Traunt rauslegt. Oh! Aber ebenhin habe ich noch... ein 2-1er Walken. Oh yeah. Oh yeah. Wenn du einen Wagen von infiltratieren willst, einfach... ...jell... ...nö... ...badboy. Alles klar. Schieb auf der Karte. Das ist die Geschichte. Hat das überhaupt schaden gemacht oder wie? Das kann jetzt alles nach hinten losgehen. Ich hab gedacht, ich hätte ihn jetzt gleich. Ja, komm schon. Echt jetzt? Och nee. Fuck you, ey. Ja, das ist wirklich incredible. Ey, leck mich am Ärmel. Alter. Ich hab gedacht, ich könnte jetzt mal... ...schau mal einen Lockerflockig platt machen, aber... ...wohl hier nicht. Da ist er ja. Sehr fein. Jetzt hab ich aber nichts mehr auf der Hand. Aber ziemlich fetten Schaden. 13 Schaden noch an Bord liegen. Ich will noch einen Black Knight. Oh Gott. Wie soll ich dagegen jetzt ankommen? Oh, leck mich doch. Geht so nett. Ich lass den Black Knight. Ich lass den Black Knight da draußen liegen und nehm den Schaden in the face, weil ich eventuell noch davon profitieren kann, ne? Und lass ich überhaupt noch irgendwas auf dem Board liegen hab. Oh, Mann. Da macht mich jetzt sowas von blöd. Ich hab nix mehr. Da ist auch kein Card Draw oder so drin. Außer, mag auf die Charge aber. Oh, und der ist... Okay, ist doch grad draw drin. Fuck, war das ein Comeback von dem Schamanen, ey. Leck mich fett. Hat schon einer gemacht. Ja, das war's dann endgültig. Respekt. Respekt. Ja, das war's. Aber ein cooles Deck macht Spaß. Okay, hoffe ihr hattet auch Spaß. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst und haut rein. Ciao.